Hallo, mein Name ist Frank Geiler. Ich bin bei Forster für die Produktentwicklung zuständig. Als Koch weiß ich natürlich, dass die Qualität eines Produktes von den guten Zutaten abhängt. Deshalb würde ich im Restaurant oder auch privat niemals vor gemahlenem Pfeffer verwenden. Das typische Pfeffer-Aroma verfliegt viel zu schnell und ich kann die Qualität des Pfeffers gar nicht erkennen. Denn nur bei selbst gemahlenem Pfeffer kann ich mir sicher sein, eine gute Qualität zu haben. Deshalb kaufen wir bei Forster auch nur ganze Pfefferkörner, die wir täglich frisch vermahlen. Natürlich mit einer kleinen Handmühle. Wir brauchen schließlich jeden Tag mindestens zehn Kilogramm frischen Pfeffer. Unsere Mühle ist sehr viel größer, aber sie arbeitet nach dem gleichen Prinzip. So stellen wir sicher, dass wir das volle Pfeffer-Aroma im Produkt haben. Und das schmeckt man auch. Pfeffer-Aroma im Produkt Denkang